Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wurde gefragt, ob ich nicht mal ein Video darüber machen kann, wie man den Herbst und Winter besser überstehen kann. Und das mache ich sehr gerne, weil ich glaube, das kennen wir alle. Und in diesem Jahr habe ich es noch nie so krass gemerkt, ich habe es noch nie so krass gemerkt wie in diesem Jahr, dass wenn die Sonne halt nicht mehr so oft scheint, wenn man auch nicht mehr ganz so oft draußen ist und aktiv ist, sich bewegt, dass das schon sehr auf die Stimmung schlagen kann mitunter. Oder auch, dass es halt einfach öfter länger dunkel ist. Und zum einen möchte ich als erstes sagen, man muss nicht immer etwas dagegen tun oder dafür tun, dass es einem besser geht. Es ist auch wichtig, das manchmal einfach auszuhalten, zu spüren, weil das zu uns gehört, es gehört auch zum Leben dazu. Ohne diese Tage wüsste man nicht, wie es ist, wenn man einen guten Tag hat, wenn man was Positives erlebt. Und deswegen muss man nicht immer aktiv dann etwas dagegen tun, sondern ich empfehle sogar tatsächlich, das manchmal auch heraufzubeschwören und zuzulassen. Manchmal merkt man so, dass man weinen muss. Und dann empfehle ich tatsächlich, einen traurigen Film zu gucken und das einfach zu provozieren und dann einfach zu weinen und die Tränen zuzulassen, die Gefühle zuzulassen, weil das hat eine unglaublich reinigende Wirkung. Nichtsdestotrotz möchte ich euch gerne zeigen und erzählen, was ich so mache, so ganz alltägliche Sachen, damit es nicht ganz so schlimm wird. Und ich möchte euch auch sagen, was ich dann in einer ganz akuten Situation tue. Zum einen möchte ich sagen, Herbst und Winter ist für mich tatsächlich die Zeit, wo ich vermehrt lese. Ich weiß, bei anderen ist es eher so der Sommer, weil sie dann halt Urlaub haben. Bei mir eher nicht so, weil ich da halt aktiv bin und draußen bin und Dinge tue. Und Herbst und Winter ist eher so die Zeit, wo ich gerne auf der Couch lege, ein gutes Buch lese, eine gute Serie, einen guten Film schaue, um mich halt einfach abzulenken, um halt einfach in fremde Welten, in anderer Leute leben einzutauchen. Und da muss ich dazu sagen, da ist es halt schon mal als erstes wichtig, Dinge sich anzusehen oder zu lesen, die ein gutes Gefühl hinterlassen. Also die so lebensbejahend sind, wo ich ein gutes Gefühl bei bekomme, wenn ich mir das ansehe. Und nicht etwas, was mich erst recht traurig macht, was mich erst recht zum Nachdenken bringt, was mich erst recht mit einem negativen Gefühl zurücklässt. Und aktuell lese ich zum Beispiel gerade die Reihe Die sieben Schwestern von Lucinda Riley. Das ist jetzt hier der zweite Teil, Die Sturmschwester. Und das ist wirklich so etwas, wo man so eintauchen kann, wo man so abschalten kann, was mir echt sehr, 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 sehr gut gefällt. Dann benutze ich gerade auch wieder vermehrt meine Weisheitskarten für Lebensentscheidungen von Colette Barron-Reed. Ich versuche euch so viel wie möglich unten in der Infobox zu verlinken. Und wenn man so schlechte Tage hat, dann fängt man ja plötzlich an, alles zu hinterfragen, ist sich unsicher, hat einfach ein schlechtes Gefühl, weiß nicht richtig, ob man gerade das Richtige tut. Manchmal stellt man sich vielleicht auch die Frage, was brauche ich denn eigentlich gerade? Da kann ich auch sehr eine Herzmeditation empfehlen, um sich besser zu fühlen. Verlinke ich euch auch gerne in der Infobox. Oder halt einfach eine Karte ziehen. Und diese Karten unterbrechen bei mir einfach dieses Gedankenkarussell, weil ich dann weiß, ah, okay, in die Richtung. Oder dafür ist es gerade gut. Also die Karten sind sehr, 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 sehr unterstützend. Und ich mag die wirklich sehr. Was ich auch sehr unterstützend finde, ist einfach zu journalen. Also einfach aufzuschreiben. Einfach, wenn man so in diesem Gedankenstrom einfach gefangen ist, in diesem negativen Gedankenstrom, einfach alles mal aufzuschreiben. Das muss keinen Sinn ergeben, das muss nicht schön sein. Das muss einfach aus eurem Kopf raus. Und mir hilft das wirklich, mir das aus dem Kopf zu schreiben. Einfach mal alles aufzuschreiben. Das ist unglaublich heilsam. Und dann hört es auch auf, dass man ständig und ständig und ständig über ein und dasselbe nachdenkt. Dann sind natürlich für mich essentiell aktuell ätherische Öle. Wirklich super essentiell. Und wenn man jetzt wirklich mal so auf das Thema geht, die Stimmung anheben, die Stimmung verbessern, ist natürlich prädestiniert dafür eigentlich Cheer. Sagt der Name auch schon. Hat so einen Citrus-Duft. Ist super, super toll. Davon habe ich auch einen Roll-On. Den gebe ich mir jetzt meistens morgens direkt unter die Füße, wenn ich aufgestanden bin. Das diffuse ich halt ganz, ganz oft. Oder wilde Orange. Wird nicht umsonst Sonne aus der Flasche genannt. Ist bei mir auch gerade sehr aktuell und sehr, sehr, sehr beliebt. Weil das einfach gute Laune macht. Auch an einem grauen Tag, auch an einem dunklen Tag, macht es einfach sehr gute Laune. Also der Diffuser ist sowieso gerade aktuell fast dauerhaft im Einsatz mit den verschiedensten Sachen. Weil mich und die Kinder das gerade sehr, sehr, sehr unterstützt. Was ich gerade auch noch sehr viel mache, ist, dass ich Chakra-Arbeit mache. Unter anderem mit den Steinen, die ich euch auch schon mal gezeigt habe. Mit denen arbeitet mittlerweile sogar Vince. Also wir suchen da intuitiv den Stein des Tages aus, könnte man so sagen. Und je nachdem. Also wenn Vince zum Beispiel das Herz, den Stein für das Herzchakra zieht, dann legt er sich den auch wirklich auf die Stelle des Herzchakras. Oder wir haben es halt die meiste Zeit tatsächlich als Handschmeichler. Und es gibt auch so Sicherheit. Es ist auch so ein Anker. Also das tut wirklich sehr gut. Vor allen Dingen, wenn man dann merkt, wie warm der wird. Und das ist was, was ich sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Und was ich gerade wieder jeden Tag mache, ich habe so tolle Chakra-Glasuntersetzer. Zeige ich euch kurz mal. Die habe ich auch schon mal gezeigt. Die sehen so aus. Also die Steine und auch die Glasuntersetzer sind von Chakmonie. Und da wähle ich jeden Morgen ganz intuitiv ein Chakra aus. Also das, was mir gerade in den Sinn kommt. Und das benutze ich dann den Tag über als Glasuntersetzer. Und somit stärke ich mich halt einfach auch. Manchmal brauchst du das Herzchakra, weil Selbstliebe gerade ein Thema ist. Oder manchmal brauchst du halt einfach das Wurzelchakra oder das Sakralchakra oder was auch immer. Und das hilft mir einfach auch, weil es ist schon morgens erst mal was, wo ich mich mit mir selbst verbinde, mit meiner Intuition verbinde und überlege, okay, was brauche ich heute, was ist heute gut für mich und mich danach entscheide. Und dann hat man so diese Anker im Alltag, diese Dinge, von denen man weiß, dass sie helfen, dass man sich einfach gut fühlt, dass man sich besser fühlt. Und das mache ich so einfach jeden Tag, um einfach schon eine gute Basis zu haben. Und dann gibt es so, wie gesagt, einfach so Tage oder auch Tagesabschnitte, die einfach kacke sind, wo man einfach schlechte Laune hat, wo man traurig ist, wo man wütend ist, was auch immer. Wo man manchmal auch einfach nicht weiß, wohin mit sich und mit seinen Gefühlen. Und im besten Fall hält man es tatsächlich einfach aus, weil es auch gefühlt werden will. Gefühle wegzudrücken ist überhaupt keine Lösung, es will auch gefühlt werden. Und ich gehe dann immer mit der Intention ins Bett und sage mir, morgen wird wieder ein guter Tag. Und dann tue ich auch am nächsten Tag wieder alles dafür, dass es ein guter Tag wird. Starte zum Beispiel gleich mit einer Morgenmeditation noch im Bett oder was auch immer. Oder verstärke einfach das, was ich jetzt hier schon gezeigt habe, einfach noch mehr davon oder intensiver damit. Aber manchmal will man es auch einfach nicht gerade fühlen oder kann es auch einfach gerade nicht fühlen, weil man in 10 Minuten oder einer Viertelstunde die Kinder abholen muss und dann einfach funktionieren muss und auch gut gelaunt sein möchte vielleicht. Auch Kinder dürfen sehen, dass es uns Eltern schlecht geht. Die dürfen auch sehen, dass wir traurig sind und dass wir nicht immer einen guten Tag haben. Aber ich verstehe auch und das mache ich auch manchmal, dass man aktiv etwas dagegen tun möchte, dass es einem gut tut. Und dann benutze ich halt vermehrt die ätherischen Öle. Also ich würde halt direkt was diffusen, direkt was auf die Fußsohlen aufgeben. Dann würde ich immer zu einer Meditation raten. Und das kann eine 5-Minuten-Meditation sein, das kann im besten Fall zum Beispiel die Herzmeditation sein. Also da kann ich euch gerne mal was unten in der Infobox verlinken. Eine Dankbarkeitsmeditation ist immer Gold wert, weil ich dazu automatisch in so ein Gefühl von Dankbarkeit und Vögel komme, was mich gut fühlen lässt. Einfach so Dinge, um sich wieder besser zu fühlen. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch einen Tipp. Und zwar sucht euch am besten an der Hand einen Punkt. Das kann jetzt ein Fingerknöchel sein, das kann der Ringfinger sein, irgendwas, was ihr mit dem Daumen gut erreichen könnt. Und diesen Punkt drückt ihr einfach. Und denkt dann an etwas, wo ihr euch gut gefühlt habt, wo ihr voller Liebe wart, voller Dankbarkeit wart. Das kann eure Hochzeit sein, das kann ein Urlaub sein, das kann die Geburt eines Kindes sein, völlig egal. Und das müsst ihr einfach mehrmals tun, damit ihr es verankert. Also geht wirklich in dieses Erlebnis hinein. Was habt ihr gehört? Was habt ihr gesehen? Was habt ihr gespürt? Wer war bei euch? Wie war das? Und immer drückt immer diesen Punkt. Und wenn ihr das mehrmals macht, wird es einfach ein Anker. Und irgendwann, wenn ihr nur noch diesen Punkt berührt, kommt ihr in dieses Gefühl der Dankbarkeit, der Liebe. Und das ist etwas unglaublich Wertvolles, was sehr, 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 sehr gut funktioniert. Ansonsten umgebt euch einfach mit lieben Menschen. Habt im Hinterkopf Menschen, die ihr in solchen Situationen anrufen könnt, wo ihr nach dem Gespräch euch einfach besser fühlt. Ich weiß, solche Menschen gibt, solche Energieengel. Vermeidet in solchen Zeiten absolut Energie. Vampire, die euch doch noch zusätzlich Energie rauben, euch zusätzlich noch schlecht fühlen lassen. Und tut euch einfach was Gutes. Gönnt euch eine Massage, einen Saunabesuch, ein Stück Schokolade, mehr als sonst. und kommt hoffentlich mit diesen Tipps gut durch den Herbst und Winter. Schreibt mir jetzt sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren, ob das hilfreich für euch war und ob ihr vielleicht noch Tipps habt, was ihr macht. Ich bin zum Beispiel immer noch am überlegen, ob ich mir eine Tageslichtlampe besorgen sollte. Also da bin ich über Feedback, Meinungen, Erfahrungsberichte sehr, sehr dankbar, ob ihr eine Tageslichtlampe empfehlen könnt und wenn ja, welche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch vor allen Dingen geholfen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.